mein name ist benjamin fersemann und in diesem video möchte ich euch die neuen fox aqua specs von carb lounge vorstellen das ist eine serie exklusiv für carb lounge die ist auch nur über carb lounge erhältlich fox aqua specs wie viele von euch schon kennen das sind taschen natürlich im fox carmo design aus kunststoff die sind komplett wasserdicht haben den klarsicht deckel so dass ihr sehen könnt was drin ist die größeren haben zudem noch einen tragegriff es gibt sie in fünf verschiedenen größen angefangen bei der xs tasche hier habe ich jetzt zum beispiel meine blei drin die könnt ihr natürlich reinpacken was ihr möchtet also da gibt es gibt es keine vorschrift was da rein gehört die s größe ist ein bisschen schmaler ein bisschen flacher da habe ich ladekabel ein paar batterien meine antennen fürs futterboot drin die eignen sich natürlich auch perfekt für pva für elektronische geräte ladeteile power banks kommen wir zur m größe die hat dann schon einen tragegriff dran die kann deutlich schwerer und mehr befüllt werden auch wunderbar für eure futtermittel ich habe jetzt hier liquid drin eine dose teig haken köder pop ups also da kriegt ihr schon richtig was rein die nächste größe ist wieder ein bisschen schmaler ist die l auch mit tragegriff hier habe ich jetzt zwei akkus für mein futterboot drin gerade was elektronische sachen betreffen feuchtigkeit und elektronik das verträgt sich nicht gut das ist ganz ganz wichtig gerade die gegen feuchtigkeit und nässe zu schützen da bekommt ihr auch ein paar mehr rein oder einfach die größeren akkus auch gar kein problem wie dazu das ganze und die xl mit zwei trage schlaufen finde ich richtig geil da kriegt ihr zum beispiel eine große power bank rein ich habe jetzt hier meine fernbedienung drin das futterboot den transmitter fürs echo load wie gesagt gerade elektronische sachen vertragen sie überhaupt nicht mit nässe und feuchtigkeit diese sollten besonders gut geschützt sein mit den taschen ist das überhaupt kein problem wie gesagt diese sind wasserdicht und es gibt sie in fünf verschiedenen ausführungen oder größen noch mal dazu gesagt das ist eine serie exklusiv für carb lounge die ist auch nur über carb lounge erhältlich sie umfassen fünf verschiedene größen von xs bis xl wer so bock auf die taschen hat geht einfach mal auf die carb lounge homepage und schaut sich die taschen an ein Vielen Dank.